Ich meine, wir haben uns im Chor kennengelernt, da habe ich Bass gespielt und die Kata hat gesungen und oft auch Solo gesungen. Also ich bin dazu gekommen 2003 und so lange kennen wir uns im Prinzip schon. 14 Jahre. Sie kann sehr gut singen. Wirklich sehr gut. Ich wollte schon immer in diesen Chor und dann musste man sogar vorsingen. Ich war total nervös. Ich musste nie vorsingen, bin dann einfach Chorleiter geworden. Anderer Weg. Kann man so machen.